Es ist nicht immer leicht, Geschwindigkeit und Abstand der anderen Verkehrsteilnehmer richtig einzuschätzen. Front Assist beobachtet mit dem Radar die Verkehrssituation vor dem Golf und hilft, Gefahren früher zu erkennen. Zum Beispiel unachtsame Spurwechsler können den Fahrer unerwartet zum Bremsen zwingen. Erkennt der Front Assist eine drohende Gefahr, greift er ein. Er Der folgende Bremsruck ist die deutliche Aufforderung zu handeln. Bremster Fahrer unzureichen, verstärkt Front Assist den Bremsdruck, um eine Kollision zu vermeiden. Wenn der Fahrer gar nicht bremst, übernimmt Front Assist. Im besten Fall verhindert er einen Unfall oder verringert dessen Folgen erheblich. Front Assist achtet auf das Umfeld, wie ein aufmerksamer Beifahrer mit eigenem Bremspedal. Auch im Stop and Go der Stadt achtet Front Assist auf das Umfeld, denn im Stadtverkehr bis 30 km pro Stunde ist die City-Notbrems-Funktion aktiv. Auch hier erkennt der Radar die drohende Gefahr. Und das System bremst selbstständig. Das ist gut gegangen. Dank der City-Notbremse konnte ein Auffahren verhindert werden.